Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Im Mai ist das neue Essence Standard Sortiment upgedatet worden. Es sind neue Produkte reingekommen und ich habe mir einige Produkte mitgenommen. Und wenn du wissen willst, ob die bei mir funktionieren und ob ich die weiterempfehlen kann und dementsprechend ob du sie dir überhaupt kaufen sollst, dann bleiben wir mal dran. Ich habe in meinem letzten Beauty Haul euch einige Produkte gezeigt, die ich mitgenommen habe aus dem neuen Essence Sortiment. Dazu gehören drei Lidschatten, die ich mir besorgt habe, um euch einfach mal einen First Infusion bieten zu können. Dazu noch die Life Princess in Waterproof und einen Eyebrow Pen, einen ganz neuen Eyebrow. Es gab nämlich verschiedene Kombinationen, beziehungsweise es gab insgesamt zwölf verschiedene Farben aus dieser Reihe. Und ich habe mir drei Farben mitgenommen. Einmal die 01 Get Poshy, einmal die 02 Shameless und einmal die 03 Blair. Wie immer das auch ausgesprochen wird. Ich habe mich für diese drei Farben entschieden, weil ich einfach einen ganz normalen Alltagslook schminken werde. Also nichts Besonderes. Es geht mir einfach darum, dass ich damit gut arbeiten kann. Dass sie sich gut verblenden lassen. Und ja, und nicht, ja, dass sie einfach schnell einen guten Look zaubern. Dass ich mich da nicht großartig drauf aufhalten muss mit Ausblenden und so weiter. Ich habe mein Gesicht schon vorbereitet. Das heißt, ich habe einen Primer benutzt und zwar einmal von P2 Pro Beauty. Das gibt es nicht mehr, aber ich möchte es gerne aufbrauchen. Dann habe ich ein Make-up benutzt und zwar die Catrice Hardy Liquid Covered Foundation mit dem Matteffekt. Und dann bin ich noch mit einem Bronzer, beziehungsweise einer Konturfarbe drüber gegangen und habe dann eine Highlighter Blush, eine Highlighter Blush Kombination angewendet auf meine Wangenknochen. Genau, mehr braucht man nicht, denke ich. Und legen wir es aber mal los und ich hole euch jetzt mehr ran. Ja, legen wir jetzt los mit dem Lidschatten. Ich würde jetzt einfach mal hingehen und den 03 Blair, das wird übrigens so geschrieben, ja, den würde ich mir einfach auf das komplette Augenlid auftragen. Jetzt muss ich mal eben meine Pinsel holen. Genau, und zwar gehe ich jetzt einfach drüber und man sieht auch schon eine, ja, wie soll ich sagen, es ist ein sehr, sehr heller Ton, also kaum erkennbar in der Kamera, denke ich. Aber es ist ein matter Ton und man muss sagen, es ist sehr pudrig, also sehr, nicht unbedingt sehr seidig, aber ganz normal. Also nichts Besonderes, aber bei den anderen habe ich gemerkt, dass die nämlich eine andere Konsistenz haben. und relativ, ja, relativ seidig sind. Das ist jetzt übrigens der Shameless 02. Der ist wirklich im Vergleich zu diesem helleren Ton doch sehr seidig, also nicht so pudrig. Und bei dem dritten Ton, bei dem 01, handelt es sich um einen Schimmerton. Da gehen wir jetzt auch mal einmal drüber und der hat natürlich eine festere Konsistenz. Pigmentierung auch hier, sehr, sehr gut. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie sich das Ganze auf dem Auge fällt. Ich muss sagen, es ist vom Fallout sehr gut. Also es ist nicht so, dass man, ähm, mein Computer ist voll. Ja, es ist ein, ein, ähm, wie soll ich sagen, es ist ein leicht orange, ne, Pfirsich, Pfirsichstich drinne, in dieser Farbe. Ähm, ich habe jetzt gedacht, das wäre ein bisschen heller. So ein bisschen wie Wet n' Wild. Hier einmal Creme Belay und einmal, ähm, diesen hier von Essence Blair 03. Und man sieht schon, dass hier der, ähm, Einschlag ins, ähm, Aprikose geht. Oder Pfirsich. Genau. Aber ich finde nicht schlimm. Also ich finde, der Farbabgabe ist wirklich sehr gut für diesen hellen Ton. Ähm, man kann es sehr gut verteilen. Und, äh, so als Grundierung, finde ich, ist völlig in Ordnung. Dann nehme ich einfach diesen Ton, das ist der, äh, die Farbe 02 Shameless. Die werde ich mir einfach in die, hm, ich trage das erstmal in die Gliedfalter auf. Und dann werde ich wahrscheinlich noch mit einem braun, mit einem helleren braun oder mit einem dunkleren braun nacharbeiten. Bei der Farbabgabe, da gibt es nichts zu meckern. Jetzt gehe ich mal mit einem anderen Blenderpintel drüber. Und dann verblende ich das Ganze. Also, ich finde, mir gefällt die Farbe unterschied sehr gut. Ich finde, dass man sie sehr, sehr gut ausleiten kann. Das Gleiche machen wir jetzt am anderen Auge. Dann, äh, werde ich jetzt hingehen und einen dunklen braunen Ton nehmen, um das, äh, um die Lidfalte so ein bisschen zu vertiefen. Und das Ganze dann so ein bisschen, ähm, äh, ineinander überzulaufen, ineinander überlaufen zu lassen. Genau. Ich glaube, das ganz dunkelbraun, das gefällt mir eigentlich sehr gut hier. Und zwar ist das die, ähm, Catrice Modern Matte. Die müsste es eigentlich noch im solchen Moment geben. Ja. Und gebe das dann im äußeren Augenwinkel. Und hier etwas rein in die, äh, Lidfalte. Erstmal mit tupfenden Bewegungen und dann nachher so ein bisschen ausblenden. Und jetzt, na, Moment, Moment, gleich sieht es besser aus. Ähm, und zwar gehe ich jetzt, ähm, mit dieser Farbe, mit der Farbe 01 Geltfraschi. Das ist ein, ähm, schimmernder Lidschatten. Den gebe ich einfach als Topper auf meinem beweglichen Augenlid. Und zwar hier unten. Darauf. Jo, man kann natürlich auch hingehen hier unten so ein bisschen, äh, weiterarbeiten mit brauner Farbe. Oder auch mit der roten. Aber das sieht dann manchmal bei mir sehr, sehr krank aus. Ähm, außerdem, ähm, schminke ich. Da sehe ich den unteren Bereich gar nicht, weil ich sehr, sehr empfindlich bin. Aber, wer möchte, kann natürlich auch mit diesen Farben hier unten so ein bisschen alles, ähm, mehr Ausdruck verleihen. Und, äh, ich finde diese Seite ist schön geworden. Gefällt mir richtig gut. Äh, genau. Und jetzt gehe ich einfach mit dem, äh, Eyeliner drüber. Da habe ich hier den Catrice Calligraph. Ähm, finde ich sehr, sehr schön. Kann ich gut mitarbeiten. Den hat eine sehr präzise Spitze. Aber man muss darauf achten, dass man den immer so, ähm, aufbewahrt, weil man sonst keine Farbe rausbekommt. Mein Fazit zu den Lidschatten, die sind sehr, sehr schön, ähm, also diese drei zumindest. Die sind sehr gut pigmentiert, die lassen sich sehr, sehr gut einarbeiten, finde ich. Ähm, wie gesagt, ist alltagslooks-tauglich. Das ist immer mein Alltagslook. Ähm, für manche kann es sein, dass es ein bisschen zu viel ist. Ich persönlich finde es sehr schön. Jetzt gehen wir weiter und machen meine, ähm, Augenbrauen. Und bei meinen Augenbrauen ist es im Moment so, dass sie nicht, äh, in Shape sind, weil, äh, ich meine, mein Pinzette nicht finde. Also, hier so ein paar Härchen habe ich hier noch. Müssten eigentlich weg, aber, ne, so ist das Leben. Wir starten jetzt einfach mal mit diesem hier. Und zwar ist es ein semi-permanenter Augenbrauenstift, einzigartiger Dreizack-Applikator für einen präzisen oder intensiven Auftrag. Färbt die Haut langanhalten ein, zum Entfernen, Augen-Make-up-Entferner verwenden. Ah, also es ist wirklich ein, ja, soll ein langanhaltender sein, soll ein langanhaltender sein. Ähm, ich bin mal gespannt. Und der hat hier dieses, ähm, ja, dieses Pinselchen oben, das ist, ähm, wie soll ich sagen, das ist dreizackt? Sind das Zacken hier? Ja. Oben sind Zacken, also es sind keine einzelnen Härchen, sondern der ist so eingeschnitten. Und, äh, ja, dann werden wir jetzt einfach mal meine Augenbrauen damit, ähm, einfärben. Aber erstmal gehe ich hin und, äh, bürste mir die Augenbrauen zurecht. Und dann, muss ich mir die auch noch näher nehmen. Ich hoffe, es ist die richtige Farbe. Also es gab, ähm, vier verschiedene Farben. Und, äh, es gab zwei dunkelbraune Töne. Das hier ist die Farbe Dark Brown. Und, ja, also ich finde, von der Farbe her ist es ganz gut getroffen. Da ist jetzt kein Rotstich drin. Man geht einfach wirklich, äh, mit dem Stift einfach die Härchen entlang. Man kämmt sie quasi durch, würde ich mal sagen. Und ich bin mit der Farbe wirklich sehr, sehr zufrieden. Finde ich. So im Spiegel. Ich werde gleich sehen, wie das in der Kamera aussieht, gleich im Schnitt. Aber so bin ich eigentlich auch mit der Farbe sehr, sehr zufrieden. Und hier vorne kann man vielleicht, hoppala. Ja, da muss man echt ein bisschen präziser arbeiten, dann nicht. Ich mach mal eben das andere Auge fertig. Ja, also beim zweiten Auge merke ich schon, dass die Farbe so anfängt, so langsam zu verschwinden. Also man muss wirklich versuchen, den Stift möglichst so zu halten, damit die Farbe von diesem Pinsel hier oder von diesem Applikator eingesaugt wird. Wenn man das nämlich zu lange, ähm, äh, in dieser Position hält, dann verschwindet die Farbe ein bisschen. Wenn ihr euch so ein bisschen vermalt habt, hier, da, dann, ähm, müsst ihr einfach einen, ähm, Make-up-Korrektor besorgen, benutzen. Weil mit Wattestäbchen kriege ich das jetzt so nicht ab. Also es ist doch ziemlich, äh, hyper, würde ich sagen. Jo, also damit geht's. Also ich muss sagen, dass ich, äh, von dem Stift, ähm, sehr beeindruckt bin, beziehungsweise ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er so gut funktioniert. So, ähm, die Farbe passt und, ähm, dadurch, dass er diese gezackten, diesen gezackten Applikator hat, kämpft er die, ähm, ja, wenn man jetzt so, ähm, dickere Augenbrauen hat, sagen wir mal so, oder mehrere Härchen hat, ähm, dann kann man da wirklich, ähm, die Augenbrauen damit sehr, sehr gut auffüllen, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, man muss halt nur aufpassen, dass man sich nicht vermalt, beziehungsweise, ähm, mit dem Wattestäbchen kriegt man das nicht so einfach ab, da muss man schon einen, ähm, Make-up-Korrektor, ähm, benutzen. Oder halt Wattestäbchen in Augen-Make-up-Entferner tauchen und dann nochmal korrigieren. Äh, ich muss sagen, äh, der hält relativ gut, ne, dafür, dass ich mich da vermalt habe und das Ding ja nicht, den Fehler nicht sofort abbekomme, hält er richtig gut. Kommen wir zum letzten Schritt und zwar habe ich hier, ähm, Essence, äh, Lash Princess Fall Lash Effect Mascara in Waterproof. Ich habe zu Hause die ganz normale Lash Princess Volume Mascara in Nichtwasserfest und ich habe festgestellt, dass das Bürstchen von diesem hier ganz anders ist. Und zwar, das ist jetzt die ursprüngliche normale Mascara, sagen wir mal so, und das ist das Bürstchen, es ist, ähm, gebogen. Äh, ich mag die sehr gerne, ich kann mit ihr sehr gut arbeiten. So, und jetzt, wenn wir uns die Lash Princess in Waterproof angucken, die hat eine ganz, ganz andere Bürste. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die so drauf hat. Ah, scheiße. Mal eben korrigieren. So, das ist jetzt die erste Schicht und, ähm, ja, was mir auffällt, ist, dass sie jetzt keinen großartigen Schwung verleiht. Vielleicht muss man dann, ähm, doch einen Schritt mit einfügen und die, mit der Windpannzange arbeiten. Ähm, ich mach mal noch eine Schicht drauf. Das ist jetzt die zweite Schicht und, ähm, also ich finde, die gibt wohl länger ab, finde ich schon, äh, Volumen jetzt nicht so. Dadurch, dass ich den Eyeliner drauf habe, fällt das natürlich, ähm, ähm, äh, nicht so auf, aber ich finde, dass sie jetzt nicht so großartig Volumen zaubert, ähm, aber sie hat wirklich, äh, länger gezaubert. Aber es ist auch so ein bisschen, ähm, klumpig, muss ich sagen. Hm. Was machen wir jetzt? Ich werde dieses Auge einfach mit der Windpannzange nochmal bearbeiten und dann tragen wir das nochmal auf. So, das ist das Ergebnis mit der Windpannzange, hm, tut sich nicht unbedingt viel dabei. Oder? Ja, äh, sie hat auf jeden Fall länger gezaubert. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Die hat länger gezaubert, ähm, aber sie ist mir ein bisschen zu, hm, fliegenbeinlastig. So, das ist das Ergebnis von dem Ganzen, ähm, mir hat mal jemand geschrieben, äh, unten in den Kommentaren. Wie unprofessional bist du? Ich finde, so vom Gesamtbild finde ich, äh, das ist okay. Ich bin nicht sehr, ich bin nicht sehr zufrieden, so würde ich auch rausgehen. Ähm, das ist Augenbrauenstift. Kriege ich nicht ab mit, ähm, sag schnell. Wie heißen sie? Äh, ich finde die Produkte sehr gut und, ähm, mit den Lidschatten bin ich sehr zufrieden. Ähm, mit dem hier bin ich auch sehr zufrieden. Ich bin, äh, impressed, weil, ähm, ja, weil das einfach, einfach aufzutragen ist und, ähm, es hält der Lange. Äh, ja, mit der Mascara finde ich auch in Ordnung, aber, ähm, ja, ich finde die hier besser. Wir haben was? Ich muss los. Meine Kinder abholen. Okay, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust habt und, ähm, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.